Hallo ihr Lieben wir sind wieder da. Wo bist du denn? Ach hier guck mal. Ja da hinter dem Posten. So. Eieiei. Geht's aber tief runter. Weißt du noch was wir tun wollten? Guten Tag erstmal. Wie geht's denn so? Ach mir geht super. Und dir so? Lange nichts mehr gehört und gesehen. Und doch wiedererkannt. Verrückt. Und ja wie war die Woche so? Och top. Schön. Entspannt. Und bei dir so? Sehr gut. Na wahrscheinlich nochmal doppelt so entspannt. Sagst du so einfach? Ja. Das ist halt so. Was soll ich machen? Also wie waren das hier? Das war ja nur so ein Durchgangsding ne? Wir wollten ja hier die Typenbrot machen die hier oben sind wenn man da hochläuft. Stimmt da waren ja so eine Collision. Ich musste mich auch erinnern und dann habe ich mich erinnert. Wie lässt du denn mal mit Essen und Trinken? Oh Essen. Wie spät drin hat der eigentlich? Essen hier. Tuchernfleisch. Da. Tuchchen. 20 Uhr. Dann tust du noch meine Enten hier. Und ein Hülpschen da. So warte mal. So was sagst du? Ja da ist Essen vor deiner Nase. Ja hab ich doch auch. Okay. Also außer Fleisch habe ich alles. Okay. Aber ich esse mal hier ein bisschen was. Zack. Hier die Frucht esse ich. Ne das esse ich nicht. Was trinken sollte ich vielleicht mal. Trinken tue ich auch. Es regnet. Haben wir hier die Sachen ausge... Ach so hier. Genau. Die haben wir ausgelegt. Okay. Ähm. So. Ich habe massig Pfeile hergestellt. Also da kann ich dir gerne welche abgeben. Und dann solltest du schlafen. Und dann machen wir uns die fresh und fit oder was? Pfeile habe ich auch. Was brauche ich für Pfeile noch? Stöcker, wa? Die kleinen Bündn-Stöcker und zwei Federn. Ah okay. Dann ähm. Mache ich mir noch ein paar. Also ich habe gerade geschlafen. Du kannst dich gerne reinlegen. Meine Energie ist ja schon wieder ein bisschen mies. So. Dann mache ich hier jetzt mal noch die ähm... Hinstellen. Zack. Und... Gehe dann. Zwei, so neun Pfeile. Naja neun Pfeile, wa? Hat man, hat hat man. Ich habe irgendwie zwanzig. Ich kann dir gerne welche abgeben. Naja, alles gut. Ich habe, äh, ich habe da auch noch ein paar dabei. Ich habe jetzt auch irgendwie... So. Keine Ahnung, ich habe da auch bestimmt zwanzig Pfeile. Also ich habe... Ja, nicht ganz. ...28 Pfeile. Äh... 15. Das reicht auch. Na gut. So, das grünen, den grünen Haufen kann ich wegmachen. Ich könnte wahrscheinlich mir noch ein paar Pfeile machen, weil ich habe ja 15 Federn noch. Aber... Man muss ja auch nicht übertreiben. Ha? Oder? Ja. Wolltest du jetzt schon da hin, oder was? Nee, wenn's hell ist, würde ich sagen. Ich weiß ja gar nicht, wie spät es ist. Warte mal, ich wollte mal kurz auf den Tacho gucken. Wir haben jetzt 41,18. Was ist noch mitten in der Nacht, ey? Was für ein Käse? 41,18. Ja, wir sind... Also... Ich bin immer noch verwundert. Wir hatten doch noch eine zweite Karte, oder nicht? Ich... Ich hatte noch nie eine zweite Karte. Ich weiß nicht, was du da erzählt hast. Aber es müsste eine zweite Karte geben. Warum? Na, damit wir wissen, wo wir sind, weil wir... Das ist jetzt kompletter Blindflug hier. Na, wir gehen auf jeden Fall rechts hier hoch, da sind wir gucken. Ja, ja, klar. Äh, ich dachte, ich guck jetzt erst mal links hier, ob's noch irgendwas zu holen gibt. Mach keinen Käse. Nee, 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 nee. Ich mein, das ist natürlich blöd jetzt, dass wir so viel Zeit irgendwie überbrücken müssen, ey. Müssen wir nicht, wir können ja auch einfach losstiefeln. Ja, ist ja nachts. Willst du die Nacht angreifen? Ich... Ich seh hier auch genug... Also... Nee, zeig ich mal. Das dünn ist eigentlich recht hell, ne? Würde ich sagen. So, ich pack mal die Dinger hier ein. Was tun wir hier, Paranus, okay. Die kannst du bitte liegen lassen. Die kann ich bitte liegen lassen. Die ist auch komisch. Ja, 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 daneben doch. Okay. Na, wenn du losfällst, dann willst du los. Ja, dann lass mal da hoch, ey. Gucken mal hier, weil das jetzt hier... Ich bin ein bisschen in Sorge. Wieso? Da waren ganz schön viele. Was? Das waren ganz schön viele. Und du bist nicht so fresh. reinrennen und jetzt direkt hier Hallo sagen. Sondern wir können ja erstmal so uns langsam ran... Hallo sagen. Äh... Tasten. Süß. Wie du aber oft da rumtrampelst, ne? Nein, nur wackelig. Da sind sie schon. Achtung. Ja, ich seh sie schon. Okay, gut. Ähm... Na, ich würd sagen, dass man so ein bisschen rechts-links irgendwie... Äh... Am... Okay, du willst es wissen. Alles klar. Was? Du willst es wissen. Na, wir machen erstmal schönen Bogen drum. Hier außen lang. Ich sagte, wir stehen gleich fett in so'n Dorf. Ne, ne, hier ist... Wir haben richtig Stress. Oh, Achtung, Achtung. Hüpfen, da ist irgendwie eine... Äh, eine Spinne irgendwo rennt da rum. Na, rannte da rum. Hab ich schon getötet. Okay, sehr gut. Ähm... So, also jetzt hier so'n bisschen... Ähm... Alter. Schöner Blick hier. Hallo. Du... Also hier ist dann quasi nix. Boah, die Wolken. Das sieht ja schick aus. Ich muss mal hier kurz ein Screenshot machen. Screenshot? Mach mal deinen komischen Pfeil da weg. Die... Die... Die Birne vor mir. Ich wollte grad auch n... Ja. So, hab jetzt. Na gut, okay. Da... Innen sind die Typen auf jeden Fall. Ich hab sie gesehen. Ja, ja, ich weiß. Die sind so linke... Linke Seite, linke Hand. Aber wir rennen jetzt hier mal so rechts lang. Mal gucken, hier unten ist auch noch irgendwas. So, wir müssen ja auch noch diese... Äh... Hier noch so'n Trippen, wa? Müssen wir noch. Hm? Ja, aber kennen wir ja noch nicht. Jetzt haben wir hier noch einen besseren Blick. Die Frage ist, kann man da drunter? Also da unten hin? Also... Hm? Ist das noch ein neues Level? Oder ist das eher nur so Deko? Dekoration. So, was haben wir hier? Ist hier irgendwas zum... Wegschnetzeln? Ne. Ist ja eh schon verknüpftet hier, wa? Mhm. Hier ist schon auf so'n Stein. Zack. Wir gucken ins Tal. Krass. Was? Sag ich dir sich hier an mich an. Warte mal... Stell mal nochmal schnell hier... Äh... Wollen wir mal ein bisschen Wasser saufen? Wird die da schnell? Haschelt hier irgendwie. Willst du auch Wasser? Hier? Ne. Habe ich noch Wasser eigentlich? Warte mal. Naja. Ich bin schon ein bisschen angespannt, ne? Gut, weiter jetzt. Pass auf. Lauf nicht sofort. Wir laufen hier ganz an der Kante lang. Wird uns schon nicht passieren. Ja, ja. Sagte er und... Da oben ist ne Fledermaus. Sagte er und, äh... Hier ist ne Fledermaus. Was? Wo? Hier. Fliegt er weg? Fliegt er weg? Ah. Pass, dir dich gern geschossen. Da ist noch eine. Ah, daneben. Naja. Krass, hier gibst du dir da Mäuse. Habe ich noch nie gesehen in dem Game. Ne. Ne. Du? Äh... Ne. Hände doch mal nicht so vor, bitte. Ach, da bist du ja. Na, hier ist doch nix. Hier kommt man doch nicht durch. Außer Fläger, meinst du. So, dann müssen wir jetzt hier lang. Warte mal. Wo bist denn du? Hey, halt. Stopp. Ich seh dich nicht. Ja, dann dreh dich einmal im Kreis und dann siehst du, wo ich bin. Ja, warte mal noch. Da ist Sackgasse. Dann müssen wir wieder zurück. Ich hab da noch nicht runtergeguckt. Dann guck mal runter da. Brauchst du schon wieder nicht. Manno. 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 So. Wir laufen hier nämlich schön an der Wand entlang. Oh, ich hab einen ganz trockenen Mund. Dann trieb was. Warte mal, ich auch. Nein, ich hab einen trockenen Mund, weil ich Angst hab. Bleib da einfach stehen, weißt du? Erst rennt da weg, dann bleibt da stehen. Oh, hier sind so da ja fein. Vorsichtig. Ja, ja. Ich hab das im Blick. Sagst du immer, aber dann stirbst du. Ja, sterben gehört dazu. Das ist mein letztes Video. Oh. Oh, ich muss mich ausruhen. Ja, super. Ja. Klasse. Hab dir gesagt, schlaf vorher. Hab ich. Ja, aber anscheinend nicht genug. Aber das ist ja, ne? Äh. Ich muss nicht schlafen. So, vielleicht ess ich mal was. Ähm. Essen. Banane. Banane. So. Wo sind denn jetzt die Typen hin? Ah, die sind linke Seite. Wollten wir die nicht weg machen? Ja, wir laufen halt außen einmal rum. Einfach um mal so ein bisschen, ne? So vorwärts zu kommen und äh. Aber wir wollten die weg machen. Was? Wir wollten die doch weg machen. Wie machen wir die ja weg? Das machen wir schon noch. Aber, äh. Wie wollt ihr vorwärts kommen? Aber eben. Oh, 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 oh. Shit. Die Strange hat mich erwischt. Oh, oh, oh. Nochmal. Ich bin auch nochmal raufgesprungen. Gut. Ähm. Ich muss mich verarzen. Mich nochmal. Warte mal. Wo bist du? Ich steh hinter dir. Oh, schön. So. Da ist es. Kann ich auch drauf machen? Nee, wa? Nee, ich kann doch nichts drauf machen, ne? Oder? Nee. Kriegst du jetzt nicht was? Äh. Muss ich aushalten, ne? Äh. Du musst viel trinken. Du musst... Essen? Schlafen? Schlafen vor allem. Schlafen mal, ja? Krieg mal währenddessen ein paar Fokusschalen aus. Was waren das bei dem Gift? Wie waren das? Viel essen und trinken, ne? Ja. Tabakverband. Ich kann leider keinen Verband drauf machen. Tabakverband, den haben wir nicht. Den kannst du da auch nicht drauf machen, wenn wir den nicht haben. Jetzt hab ich halt Puls. Mhm. Äh. Äh. Kann ich Kohle essen? Bringt das was? Wie nehm ich Müllverdichtung? Okay, also dann sterbe ich jetzt. Na dann, super. Na, großartig. Bin jetzt alleine. Ach schön. Du bist wieder im Lager, nehme ich an. Wahrscheinlich. Scheiße. Oh nein. Na, du bleibst einfach da. Ich komm da hin. Ich weiß ungefähr wo es ist. Die sind ja auch alle deine Sachen. Wäre schlafen. Naja, alles klar. Ich muss mich nur mal kurz hin knallen. Ah. Naja, weil wenn ich zu dir jetzt laufe, dann bin ich, wenn ich bei dir bin, bin ich wieder müde. Und das, äh, das funktioniert nicht. So. Das Problem ist, dass ich meine ganzen Sachen da bei dir habe. Aha. Richtig. Okay. Aber das kriegen wir schon irgendwie wieder hin. Äh. Äh. So. Jetzt hab ich hier ne Kokosnuss. Die kann ich leider nicht. Ach scheiße. Ich kann, äh, keine Axt um die irgendwie, äh, aufzumachen. Ah, ich hab hier ne Kokosnuss. Aber, kann ich wenigstens bisschen was trinken? Ist schon mal gut. So. Und es wird wieder, äh, schön dunkel. Das heißt, es wird gleich wieder hell. So. Alles klar. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Und es ist die Banane. Das ist schon mal gut. Ich bin so hungry. So. 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 Bin ich jetzt hier richtig? Oh. 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 Ich hab... Hä? Jetzt hab ich ein Lager gefunden. Ist ja weird. Ich hab ein Lager gefunden. Cool. Ich weiß nicht, aber... Oh shit. Oh shit. Oh shit, 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 shit. Na, hast du Menschen gefunden? Ja, ja. Ja, ja. Oh shit. Warum, warum... Hä? Hä? Warum haben die denn ein Lager? Komisch. Naja, vor allen Dingen, warum bin ich da? Weil du wahrscheinlich weit abgewogen bist. So. Dann bin ich... Wahrscheinlich hier. Okay, warte. Ja. Ah, okay. Verstehe. Da bin ich hier. Aber hier bin ich doch nicht durchgelaufen. Doch, hier sind die Bretter. Alles klar. Dann ist von dem Weg, wo wir da reingelaufen sind, links direkt Lager. Ja, das wollten wir ja kaputt machen. Davon hab ich die ganze Zeit gesprochen. Äh... Ja, links. Wenn wir von dem Gang komplett links, also gleich Richtung links, nicht gerade zu, sondern links. Wir haben gedacht, es ist geradeaus, aber es ist es nicht. Es ist nämlich links. Ja, okay. Und da stand ich gerade drin und dann kamen die Kloppos. Haben sie dich auch wahrgenommen? Äh... Die haben kurz lalalalala gemacht und dann war ja auch schon wieder weg. So. Es ist halt wirklich problematisch, dass ich kein Bett bei uns habe. Warum? Ach so, wie in den Platz. Hier ist keine Ebene, um ein Bett zu bauen. Doch hier. Zumindest geht die Sonne schon mal wieder auf. Scheiße. Was? Ich hab deine Sachen verloren. Ach hier. Oh, das werden die Typen. Oh, schnell weg. Nein, oh, bitte. Das wimmelt aber auch nur so von so Kollegen. Boah, jetzt hab ich einen Tigerarsch gesehen, aber das ist jetzt äh... doch nur so ein äh... Ah, Tim. Also ich finde, du darfst jetzt ruhig herkommen, ich bin langsam ein bisschen verängstigt. Ja, alles gut. Die Sonne geht auf, ich bin gleich da. Ich bin auch noch die ganze Zeit ganz angespannt. Da unten sehste wieder. Ey, das ist aber ne Menge, du. Meine Güte. Du hast bestimmt schon neun, neun Stück gesehen oder so. Ah, oh Gott. Erst kam so ein Tier angerannt und da bist du. Sehr schön. Woah. So, jetzt nimm mal dein Zeug da und dann kann ich spitbon. Wo, wo ist das Zeug? Ach da, hier. Ich hab dir alles rum. Juuu, ich hab mein Zeug wieder. Jaaa. Drück mal ein paar Bananen damit. Aber meine ganzen, äh, Pfeiler sind weg. Hast du, hast du die weggeschneitzt? Nee, ich hab nichts genommen. Die sind alle weg. Ich hab auch keinen Bogen dabei. Der Bogen ist auch weg. Scheiße. Ne, der Bogen ist hier. Aber was sind denn meine ganzen Pfeiler? Ich hatte 15 Stück. Sind die alle weg? Nee, ich hab sie nicht. Ich hab nichts angerückt. Ja, ja, das ist schon klar. Ich sag mir, aber sind die immer weg dann, oder was? Weiß ich nicht. Wie war das bei dir? Kann sein, dass das das ist, was man verliert. Scheiße, ich hab auch keine Axt mehr. Ne, das verliert man ja immer, ja. Ja, na, ist ja nervig. Okay, aber ich hab zum Beispiel schon mal einen großen Stein gefunden. Ist schon mal gut. Jetzt brauch ich noch, äh, so einen langen Stock. Was ist jetzt der, bitte? Dann kann ich mir wenigstens, zwei, drei, ich muss erstmal hier. So. Ich muss erstmal ein paar Wangen rein. Ich schlaf mal ne Runde. Ich glaub, es werden hier welche. Ähm, kannst du mir so einen Stock besorgen? Ich schlafe gerade aber ja, kann ich dann machen. Hast du schläfst gerade jetzt? Dann mach das mal. So, was willst du haben? Ich brauch ein großes Stock. Warum nimmst du denn nicht immer erstmal einen kleinen? Also wenn man... Na, ich hab einen großen Stein gefunden. Ich will den jetzt nicht klein machen. Warte. Kann ich mir denn mal fällen? Ist hier mal irgendwo ein Baum? Bitte? Hier ist doch ja kein Baum. Sammeln. Warte, ich such einen und dann kriegst du den großen Stock. Hier. Perfekt. So, bitte. So. So, da ist es. So, was kann man denn hier noch so hinknallen? Oh, hast du einen Platz gefunden? Das war schön. Ja, ich dachte, ein Bett wäre schlau. Ja, das ist super. Hier sind viele Bananen, ey. Mhm. So, alles klar. Zack. Ich höre Stimmen. Und zack. Also ich hab Stimmen gehört. Die sind hier irgendwo richtig dran. Ja, ja, die sind relativ dichter, aber das muss einen jetzt nicht verwirren. Wenn du das sagst. Ja, ja, das passt schon. So. Trinken. Ah, die stumpfen hier rum. Ja? Stark sind die da rum? Gibt's ja gar nicht. Ich hab den hier gesehen. Ich seh's dir. Warte mal, ich bin vielleicht da. Ich muss hier gerade mal schnell... So. Ich krieg zu viel, ey, wirklich. Ich hab so viel dabei. Boah, ey. Ich bin in Sorge. Bin dabei. Äh, bin da. Ach, weißt du warum? Wir sind direkt hinter ihrem Dorf. Komm mal zu mir. Und guck mal in die Richtung, in die ich gucke. Naja, das ist ein Riesendorf, genau. Ähm, das Ding ist, ich hab halt, äh, einen Bogen, aber ich hab keine Pfeile. Ja, du brauchst jetzt Pfeile. Wo bist du denn? Nein, ich geh hier. So, warte. Äh, aber ist nicht schlimm, dann hab ich halt keine Pfeile. Nein, hier, ich hab doch genug. Hier. Reichen dir sieben? Muss. Lass kommen. Lass mal so langsam ran juckeln und mal gucken. Ich hör sie schon wieder sehen. Naja, ich hör sie auch. Sieh sie aber grad nicht. Naja, guck mal hier, von hier aus seh ich ein und zwei. Da siehste? Ja. Da so durch. Also, das ist jetzt ein bisschen die Frage, warte mal, ich hab ja auch einen Pfeil, sehe ich gerade. Aber wir können ja mal vorsichtig mal so rumstarksen und gucken. Also, zwei sind auf jeden Fall drin. Und dann laufen auch noch welche. Geil, ey. Das ist, glaub ich, viel zu viel. Da sind welche. Achtung. Ja, ja. Ich hab eigentlich keinen Bock zu sterben und alles zu verlieren. Ja, ja, ich verstehe. Vielleicht sollten wir uns... Wollen wir hier einen Unterstand bauen? Ja, ja, dann bauen wir uns hier aus. Das ist eine gute Idee. Wo machen wir das da oben? Oder auf dem freien Platz? Müssen wir auf dem freien Platz machen, weil oben kannst du nicht bauen. Okay, dann lass es hier schnell was bauen. Äh, knallst du was hin, oder was? Ja, ich mach... Oh, ich bin total im Stress. Das ist ganz schlimm. So, dann, äh... Du musst auch schon jappen, ey. Ist ja gar nicht. So, hier ist was da. Wir brauchen Holz. Ja, bin schon dabei. So. So. Halder, nicht mehr. So. So, einen langen Bauch hast du noch. Tauer, habe ich Palmblätter. Palme. Palme sind ja jetzt hier noch da. Scheiße. Sobald wir den haben, wird erst mal gespeichert, ist das okay. Na ja. Das auf jeden Fall, ich muss mich erst jetzt verbringen. Ich muss mich erst mal kurz hinlegen. Es regnet jetzt aber auch lange, ne? Ja. Ich dachte, das verpackt ist. Ja, für den Regen wäre mir egal. Deswegen brauchen wir jetzt ein Trinken. Jetzt habe ich keine Axt mehr. Ich habe keine Axt mehr. Ich kann nichts mehr tun. Kannst du vielleicht aufstehen und noch wenigstens eine Palme nehmen? Jetzt nicht in Panik ausbrechen. Valina, nicht in Panik ausbrechen. Alles ist gut. Hier liegen Bananenblätter. Kannst du hier nehmen. Das kann ich nicht. Wir brauchen Palmenblätter. Ach so. Hast du nicht was von Bananenblättern gesagt? Ja, okay. Gut, dann haben wir da noch. Reicht ihr das? Guck, Gucki, Gucki. So. Okay. So, einen Unterschlupf mit Feuer brauchen wir nicht, oder was? Nee. So, ich habe mal gespeichert. Danke. Sehr gut. Was machst du, Finkel? Nee, ich musste mir eine Axt bauen. Ich habe ja keine mehr. Das stimmt. So. Ich habe auch mal gespeichert. Sicher ist sicher. Nun gut. Dann lege ich mal ein paar Pfeile hier bereit, falls wir sterben. Damit wir danach noch haben. Eigentlich müsste man sich so einen Papageienfinger bauen, oder? Das wäre cool, aber dafür brauchst du halt Leben und so. Pfeile behalte ich mal, weil wir müssen ja jetzt auch was angreifen. Ich lege hier mal ein paar Kokoschalen auf. Die sind dann nämlich auch noch da. Können wir gleich noch Feuer speichern. So. Verband lege ich auch noch hier hin, weil wir brauchen wir alles. Ich speichere jetzt nochmal, weil die Sachen sind hier. Kannst du ja auch nochmal speichern. So. So. Ähm. Ja. Waffen? Nee, alles gut. Ja. Okay. Dann schlafe ich nochmal ganz kurz, weil dann erneuert sich der Spawnpunkt. Also ich schlafe noch kurz an. Einmal kurz an, ich schlafe. So. Spawnpunkt, du musst auch nochmal kurz schlafen. Ja, ich schlafe auch nochmal kurz an. Okay. Dann haben wir jetzt zumindest alles soweit vorbereitet, würde ich sagen. Jo. Ich nicht professionell. Double versus Wild, sage ich ja nur. Meine Güte. So, was denn? Was knacken hier? Aber wir spähen nur erstmal, ne? So, da hinten laufen schon mal welche. Alter, das sind richtig viele. Zwei, drei, sehe ich schon mal. Eins. Da sitzt einer. Links. So, die sind unten abgehauen. Rechts. Wollen wir dann angreifen? Boah, das sind drei Stück. Guck mal hier, siehst du sie? Hier. Ja. Boah. Das ist echt viel. Und das ist doch ein vierter. Rechts unter dem Ding. Ja, wenn es halt gut sitzt, dann geht es halt, ne? Also am besten wäre es, wenn wir von zwei verschiedenen Seiten angreifen. Also ich kann versuchen, von hier Headshots zu verteilen. Oh, da ist noch einer. Der ist aufgeregt. Pass auf. Der ist aufgeregt rum heran. Also fünf. Im Lager? Ja. Fünf. Also auf jeden Fall fünf. Sag an. Ich bin nicht so der Taktiker. Ich bin mir unsicher gerade. Eins, zwei, drei, vier. Naja, das Ding ist, wenn wir einen angreifen, haben wir auf jeden Fall alle aufgeschreckt, ne? Also was vielleicht auch geht, ist, dass man halt die aufschreckt und sich nicht zu erkennen gibt, weißt du? Also dass die vielleicht dann nicht wissen, wo wir sind. Wir können auch ein Baumhaus bauen. Wo wir uns hochflüchten können. Warte mal, ich gucke mal kurz. Ja, das können wir auch machen. Stimmt. Dann müssen wir von hier aus anfangen. Aber das ist ziemlich aufwendig. Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte mal gucken. Ja, das kannst du machen. Hier, Baumhausplattform. Oh, es gibt... Alter! Was? Ich habe was entdeckt, was ich ausprobieren will. Was denn? Es gibt einen schwimmenden Rahmen. Schwimmt und kann nur auf Wasser gebaut werden. Ja, ja. Das müssen wir ausprobieren. Ja. Wie cool ist das denn? Ja, ja. Mega geil. Also das mit den Baumhäusern, das ist schon krass, weil da brauchst du halt 24 langen Stoff und so'n Scheiß. Ah, wir haben halt auch überhaupt gar keinen Baum, wo das Band passt. Naja, du kannst die großen, fetten Bäume nehmen. Nee, geht nicht. Was? Versuch's ja gerade. Nee, musst oben machen. Ja, ich mach gerade oben. Es geht nicht, wird nicht als gehend angezeigt. Jetzt würde ich ja sagen, dass es geht. Ja, du musst... Warte mal, wir waren das... Kommst du, das ist ja mal versuchen, geht nicht. Ah, gucke. Warum geht's bei dir? Ähm, das sind die, ähm, Baumplattformen und du hast einen Baumhausrahmen. Ja. Ah. Baumhausrahmen kannst du dann, glaub ich, nur auf der Plattform bauen, glaub ich. Ich bin dafür, dass... Oh, die Ränder... Drei Gegend hat los. Okay, dann sind die weg. Dann sind die weg, oder? Na, ich weiß es nicht. Aber ich will... Ja, warte mal, aber es kann sein, dass die anderen von links dann wiederkommen. Von rechts. Nee, die sind immer noch da. Naja, das sind schon viele, Alter. Das ist schon nicht ohne. Ich bin so mit dem Baumhaus schlau. Weinst du, ja? Ja. Superschlau. Vier Holzscheite, los geht's. Ähm. Okay. So, noch zwei Holzscheite. Naja. Das ist einfach, das ist unsere einzige Chance. Wir müssen uns irgendwo raubpflichten, wo die nicht hinkommen können. Sonst haben wir es einfach... Das schaffen wir nicht. Das sind zu viele. Das, äh... Das ist sonst leider nicht möglich. So, was brauchen wir jetzt? Lange Stöcke. Gut, hier, räume. Okay, 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 okay. Noch? Wie viel noch? Zwei. Lange Stöcke brauchen wir noch. Ich hab noch zwei. Okay. Einen. Einen. Seile. Ja. Seile, brauchen wir ein paar mehr. Hab ich alle. Hab ich alle. So, jetzt, was muss ich jetzt brauchen? Rahmen. Äh, jetzt muss, äh... Rahmen, warte mal, warte mal, bevor du jetzt da was aufmachst. Oder muss einfach nur... Mach ich jetzt raus. Was, muss da der Rahmen auch? Ne, war? Muss jetzt nur den Decken, Boden darauf? Der Boden, ne? Weiß ich nicht. Du hast von einem paar was gebaut. Ich hab das schon mal gemacht. Ja, ich wüsste es nicht mehr ganz genau, wie waren das? Warte mal, hier. Plattform. Kletterstelle, bla 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 bla. Da. So, jetzt, so. Äh, du musst einfach den, äh, den, den, den Plattform bauen. Also, jetzt ist halt die Frage, Holz, äh, Bambus, Lehm, Palmblatt, äh... Holz, äh, Palmblatt. Palmblatt, sagst du, ja. Plattform, langer Bambusstock. Kann man nicht. Palme, ja? Äh, ja, wir sind viele Palmen. Nee, geht nicht. Ja. Sag doch, was ist uns das? Geht halt nur, äh, Plattformen. Also, das heißt, also Plattformen mit, äh, Bambus oder mit Holz? Holz. Okay. Ja, dann, äh... Holzscheite. Vier, vier, vier Stück. Scheiße, das wäre gar nicht nur so Holz, ey. Okay. Alter. Ja. Vermutlich wird das nicht reichen, wir müssen noch weitere bauen, um noch näher ranzukommen. Ja, egal, wir machen es jetzt erst mal. Die klettern ja auch hoch, ne? Nee. Ja, klar. Ich glaube, die klettern... Die sind aufgeschreckt. Okay, hast du? Ja. So, Kletterseil. Wo ist der Kletterseil? Wo ist der Kletterseil? Ja, klar. Ach so. So. Dann müssen wir gleich Seile rein. Oder? Kannst du da hoch? Bist du schon rum? Bin schon rum. Ich bin so glücklich, dass wir da oben sind, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Puh. Es gibt nichts Schöneres. So, und jetzt wäre mal interessant, ob man hier, also von hier oben, ja klar, aber es ist ein bisschen ungünstig hier, muss ich sagen. Warte mal. Gucken, ob wir hier... Könnt ihr jetzt da auch noch einen und da noch einen hin machen? Können wir nicht die Plattform ran bauen noch? Warte mal. Es gibt doch bestimmt eine andere Möglichkeit, um das zu erweitern. Nee, nicht so wirklich. Du kannst halt noch eine bauen und dann kannst du halt eine Hängebrücke rüber machen. Du hattest das doch schon mal größer gebaut. Oh, oh, oh. Ohnmächtig. Ach, süß, wie er hier liegt. Okay, cool. Ja. Das ist doch schon mal so krass weitergebaut. Hast du dann echt einen neuen Baum weitergebaut? Ja, ja, du musst dann, ähm, genau. Okay, krass. Dann wird es jetzt sehr wirklich ressourcenintensiv, ne? Ja, also ich finde, das kann man schon mal machen. Das ging ja jetzt schnell. Die hat uns schon gesehen, ne? Der guckt uns die ganze Zeit an. Ja, der ist, der denkt sich so, äh... Ich würde da nicht runtergehen an deiner Stelle. Ich bin schon unten. Ich verteidige dich von hier oben. So. Ich muss nämlich ein bisschen gucken, dass ich hier, ähm, ein bisschen Energie kriege. Ja, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen schneller machen, weil im Zweifel hungern wir hier aus. Also wir können uns jetzt auch nicht mehr ewig Zeit lassen, weil wir haben hier nichts zu essen. Ja, ich habe keine Energie, das ist ja das Problem. Ich muss mich jetzt erstmal wieder stabilisieren, deswegen muss ich mich hinlegen. Jetzt kippe ich jetzt wieder um. Ich habe jetzt schon erstmal ein bisschen was in mir reingestopft, damit ich hier ein bisschen Energie habe. Ich würde ja sagen, wir machen ein Feuer, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Das ist gar keine gute Idee. Das ist halt krass, die sind extrem alarmiert, also der eine Start hier richtig rum. Folgt, dass es so lange regnet irgendwie, ja? Ich überlege, ob ich den jetzt erschieße. Ah, willst du wahrscheinlich nicht, ne? Naja, ich glaube, dass das dann halt, äh, die Jungs richtig aufweckt, oder? Meinst du nicht? Ja, gut, aber wir müssen jetzt ja mal irgendwann losmachen hier. Also ich habe hier nochmal so einen Rahmen hin gemacht, ich weiß nicht, ob du das benutzen möchtest, wo ich das hin platziert habe. Ja, ich sehe es. Ist direkt ein Stück unter unserem, also da könnte man dann wahrscheinlich runterspringen. So, du hast direkt da dran, naja, gut, okay. Ja, jetzt musst du ihn ja nicht nehmen. Ja, alles gut. Ich habe es jetzt gemacht. Ja. Ich werde es jetzt vielleicht ein Stückchen weiter gemacht im nächsten Baum, aber alles gut. Das ist jetzt nicht so. So. Ich sage dir, wenn die losrennen, sage ich dir, dann kommst du hoch. Und ich schieße dann auch. Schön. Achtung, es kommen welche zurück ins Lager. Zwei Stück. Und ziehen auch gleich wieder los. Alles gut soweit. Alles gut soweit, sagt sie. Lange Stöcker. Acht Stück. Acht Stück. Ich werde weg. Wirklich, ich schätze. Ja, es tut mir leid. Es ist wirklich blöd, dass du es auch alleine machst, aber ich glaube, es ist schlau. Oh, die reden schon ganz doll. Die reden schon ganz doll. Ich bin schon schlauer, wenn ich irgendwie unten bleibe. Ja, alles gut. Ich muss halt nur mehr Bäume finden. Ah, aber es passt schon. Ich habe hier ein paar. So. Na, das kommt schon. Meine Güte, ey. Versuch mal hier oben Feuer hinzubauen. Na, oben. Geht sogar. Okay, warte mal. Also hier kann man grundsätzlich ein Feuer raufbauen. Okay. 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 Ich mache mir echt Sorgen um dich. Auch alles gut. Ein langer Stock noch. Mir tut es gut gehen tun. Dann brauchen wir noch vier Holzscheite danach. Nur, dass du es schon mal im Kopf hast. Und zwei Seile brauchen wir jetzt noch. Ich habe alle reingesteckt. Ich habe... Ja, ja. Zwei Seile und vier Holzscheite. Ja. Ich bin ein bisschen nervös. Guck mir leid. Ja, ja. Ich nicht. Also du hast ein Dach raufgebaut, ne? Sei in Verwendung. Du bist, glaube ich, da dran. Kann das sein? Warte, ich gucke weg. Ich habe weggeguckt. Ja. Ich mache mir echt Sorgen um dich. Das ist ganz schön. Ja, das fühlt sich ganz spannend. So, was muss jetzt da rauf? Wo ist das andere Seil? Ist schon. Nee. Doch. So, Plattform. Viermal Holzscheite, bitte. Bitte keinen Stress machen. Ich habe Stress. Bitte ruhig. Du bist... Ja, ja. Du bist ein bisschen hektisch. Ich stimme. Ich mache mich völlig Curry hier. Ganz entspannt. Es passiert nichts. Die juckeln da ein bisschen rum und noch ist nichts passiert. Und ich werde ja dadurch auch nicht schneller. Weißt du, wie ich meine? So. Das ist so... Ich kann hier ganz entspannt erst mal das Ding machen und dann ist gut. Ich glaube, man ist eine ganz gute Position, weil man kann von unseren jetzt da runter springen. Ich muss da weggucken, sonst kann ich das nicht da hinlegen. Das Ding ist aber, die können auch auf die Plattform hoch, ne? Nee, waren die nie. Weil wir hatten das schon mal, da sind die nicht da hoch. Du musst weggucken. Mach ich. Ja, das ist aber in Verwendung. Ich kann es nicht hinlegen. Ich kann da nicht... Ich bin auf der ganz anderen Seite. Ja. So, fertig. Achtung, die haben gepfiffen. Oh Gott, das macht mich ja so fertig. Was haben die? Wir brauchen noch Seile. Hast du Seile? Für die Kletterseile. Zwei Stück. Wieso Kletterseile? Naja, damit wir da auch hoch und runter können. Was haben wir jetzt hier? Hm? Ähm... Okay, jetzt sitzen sie wieder immerhin. Oh, zumindest... Jetzt steht er wieder. Meine Güte. Die sehen dich. Ja, es ist doch gut. Was ist denn los? Was ist denn hier? Du machst mich viel nervöser, als das rumgejohlen. Ja, frag mich doch mal. Ja, bleib doch ruhig. Es ist doch bisher nichts passiert. Ich hab aber kein Essen mehr. Ja, dann komm runter und hol dir welches. Es liegt ja hier genug da. Du kannst dir auch einfach was mitbringen. Oh, was mitbringen. So, so. Jetzt fang ich an, auf die zu schießen und du bist unten. Das hast du super gemacht. Danke. Du hast nicht zufällig noch Kokos-Schalen, die wir hier oben hinlegen können. Äh... Ich hab hier unten welche. Können wir gerne mitbringen? Ja. Super. Müssen wir nur noch unten schlafen. Was natürlich blöd ist, wenn die Typen hier sind, ne? Wieso? Na ja, gefährlich und so. Wenn ihr schläfst, da passiert nix. Boah, jetzt kommen drei zurück. Ins Lager. Jetzt laufen wir auch gleich wieder los. Also die drei laufen mal rechts Streife. Das machen die schon die ganze Zeit. Deswegen bin ich ja da auch nicht nervös. Wo bist du denn? Ich leg hier die Däne aus. Wo? Wo? Da. Red ich da einfach um, dann siehst du mich. Du kannst mir auch mal sagen, wie du bist. Ich bin hier schwer beschäftigt. Mach mir Sorgen um dich. Nein, alles gut. Ich bin hier. Was ist denn los? Heute bist du ein bisschen sehr nervös. Keine Zeit? Ja, hast du gesehen, wie viele Gegner da sind? Na ja, es sind halt ein paar. Analogisch, klar. So. So. Aha. So was gut sieht man die jetzt hier auch nicht, aber... Man müsste warten bis zum Tage. Warum? Die leuchten doch jetzt nachts so schön. Hä? Die leuchten doch jetzt nachts so schön. Kann man die doch schön wegsnipern. Du willst jetzt nicht noch eins bauen. Hattest du gerade überlegt. Natürlich. Der kleine Baukönig. Ich bin dafür, dass wir die einfach wegmachen. So, was willst du... Also, wie ist jetzt der Plan? Nein, wir schießen die einfach von hier oben runter. Weg. Zap, zap, zap. Hintereinander weg. Jetzt? Ja. Okay. Dann komm runter. Ich kann auch von hier. Aber wir haben doch die Plattform gebaut, damit wir von hier aus. Dann komm ran hier. Hast du genug Feine? Nee, wahrscheinlich nicht, aber... Willst du die noch holen gehen? Äh... Danke. Weil wir müssen ja dann schon beide auch snipern, weil wir werden die dann aufscheuchen damit. Sobald du runter gehst, steht der auch und guckt, ne? So. Ist doch top hier. Die kommen gerade wieder, die drei. Okay, wir warten jetzt noch kurz. In dem Lager sind fünf. Und die drei gehen jetzt wieder los. Also wenn, dann jetzt. Ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. Nein, ich hab die ganze Zeit geackert. Ich bin ja auch sehr froh, dass du das bist. Ich bin ja auch sehr froh, dass du das bist. Ich hab ganz wenig Streifen. Also, da wär ich gerade so den Baum hochgekommen und... Ja, du brauchst ja auch Ausdauer zum Schießen. Ist ja richtig. Correcta, mumbo. Dann sollte ich wahrscheinlich auch nochmal schlafen, wa? Dann musst du dafür runtergucken. Nein. Nein, da passiert doch nix, ey. Das ist wirklich so. Die sind, so lange du dich hier in den Ufer jetzt, passiert da gar nichts. So. Also ich bin wieder wach. So, wir trinken mal noch ein bisschen Water. Ich hab Angst. So, und dann esse ich hier mal ein bisschen davon. Fokusnuss. Verwachst du mich gerade? Sammeln. Sammeln. Du sammelst jetzt aber nicht meine Kokosnussflaschen. So. Niederlagen. Hallo? So, ich bin... Hast du gerade die Kokosnussflaschen? Valena, nein. Das tue ich nicht. Ich weiß nicht, ob du das im Dunkeln siehst. Ich habe die aus meiner Tasche genommen. Ach so. Alles gut. Bitte ein wenig weniger Nervosität. Ja. Und ein bisschen mehr Souveränität. An der Stelle. Sind ja auch nur neun Gegner irgendwo. Ja, aber die sitzen doch... Seitdem wir hier sind, sitzen die, ist bis nix passiert. Ne? Also die kommen halt nicht. Ist alles cool. Wir können nervös werden, wenn die nachher kommen. Ist alles schön. Aber solange wir jetzt hier ganz normal so verhalten, passiert gar nix. So, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir... Äh... Warum? Hier die Bananen kann ich nicht sehen. Die auf dem Bett liegen. Kann die auch nicht aufnehmen. Ich habe schon versucht. Okay, gut. Ich weiß halt nicht, ob es clever ist, das jetzt in der Nacht zu machen. So, das wäre jetzt so mein Thema. Okay. Also ich, ja... Wenn du sagst, wir machen das, dann machen wir das. Ne, alles gut, aber... Ich möchte das schon gerne im gegenseitigem Wohlbefinden machen. Wenn du sagst, wir machen das jetzt... Ich kann das auch in der Nacht machen. Ich sag das nicht. Mir ist es egal. Wenn du sagst, hier, komm, machen wir jetzt, dann machen wir das jetzt. Mach ich nicht. Was denn jetzt? Eben wolltest du es auch machen? Los, komm, jetzt machen wir das. Nein! Lass mich jetzt. So, ich gehe jetzt hoch. Viel Spaß, ich schlafe erst mal. Los, komm. Ich schlafe. Achso, ich bin schon oben. Freut mich. Danke fürs Bewachen. So. Weil du bist echt schon da oben? Ja, ich hab in dem Visier. Du bist unmöglich, wirklich. Du bist ganz schön sprunghaft. So. Spirite, oder was? Ne. Sehe ich nicht. Schakalaka. Willst du das jetzt echt nachts machen? Ich weiß nicht, du bist schlau. Ja. Jetzt leuchten die nicht mehr. Doch, die leuchten. Ne, die leuchten nicht mehr so schön wie vorhin. So, also ich ziehe dir. Nein, nein. Nein, warte noch. Los, komm. Attacke. Was mein? Ich ziele. Achtung. Dann los. Oh, warum? Stimmt der so? Oh, getroffen. Oh, getroffen. Okay. Wie viele Pfeile haben wir jetzt versemmelt dafür, dass wir einen reingeküßt haben? Ich schmeißen nur Pfeilen. Ja. Ja. Jetzt sind die auch noch Bienen. Ich werde wahnsinnig. Ah, die Bucke tut ja seinen Rechtsrest dazu. Und die anderen sind jetzt reingehauen da hinten. So, dann können wir jetzt erstmal runter. Ich bleibe oben und sichere die Lage. Die kommen, die laufen gerade weg. Die anderen. Pass auf. Ich sehe die noch. So. Also, ich muss mal gucken, wir sind hier irgendwo noch. Kannst du mal schon wieder ein paar Pfeile mitbringen? Ganz links von dem. Ich gehe nicht gut, aber bring mal ein paar Pfeile mit. Die kommt zurück, die kommt zurück, die kommt zurück. Achtung. Ganz links von dem Lager ist ein Ameisenbär. Ja. Warte. Ich versuche nur mehr die Lage zu peilen. Nicht, dass hier irgendwie ein Hinterhalt passiert, will ich. So, wo bist du denn eigentlich? Ach, da oben. Okay. Oh, oh, die kommt zurück. Jetzt drehen sie wieder um. Die laufen immer so kurz vorm Lager hin und her. Ja, ja. Und es sind drei Leute. So, was hat er jetzt hier? Hat er hier irgendwie... Oh Mann, ey. So. Stress pur. Die Mucke hat den Rest gemacht jetzt, ey. Ich war wirklich komplett gestresst. So, hier ist noch ein Pfeil. Jetzt hat er noch eine Stocklinge. Ich habe auch nur noch ein Pfeil, ne? Bye. So. Die sind da, Achtung. Drei Leute sind da. Und gehen jetzt wieder los. Die haben... Nee. Oh, 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 oh. Die sind aufgeschleucht. Komm hoch. Nee, okay. Jetzt gehen sie wieder. Alles gut. So. So, pass auf. Hier. Oh, danke. Danke. Boah, du hast ja richtig viele wieder eingesammelt. So. Das waren alle. Danke. Ich habe jetzt neun. Ja. Ich hatte 20. Voll krass. Ich habe jetzt keine mehr, aber das ist nicht schlimm. Weil ich brauche die hier unten eh nicht. Wie hier unten? Na ja, wenn ich hier unten bin. Ich bin ja jetzt wieder unten. Soll ich auch mal runterkommen? Na ja, du kannst von da oben schon mal so ein bisschen... Okay, ich peile die Lage. Ist absolut. Achtung, von rechts kommen sie wieder. Und gehen wieder los. Okay. Die laufen ihre Schleife. Also links und rechts jeweils drei. Die kommen zu unterschiedlichen Momenten zurück. Rechts ist gerade... Achtung, rechts kommt zurück. Achtung, Achtung, zurück. Zurück, 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 zurück. Komm hoch, komm hoch, die gehen ins Lager. Jetzt gehen sie wieder los. Warte, die sind da. Die laufen die ganze Zeit da hin und her. Du kannst da jetzt nicht reingehen. Die gehen da nicht weg. Die laufen in eine ganz kleine Schleife hoch und runter. Äh, jetzt sind sie, glaube ich, weg. Also jetzt sind sie weit genug weg, sagen wir es mal so. Okay. So, alles klar. Oh, ich bin richtig gestresst. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. So, jetzt hab ich hier noch einen Fallen. Wird völlig fertig. Ja. Achtung, links. Okay, okay, sie gehen. Sie gehen. Dumm, die 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 dumm. Okay. Dann, äh... Ach, zurück, zurück. Ja, ja, alles gut. Jetzt gehen sie wieder weg. Ey, das ist so krass. Die kommen... Auf einmal sind die wieder da und dann drehen die so ab. Drückt, oder? Ich... Ich wirklich... Ich bin so gestresst, das kannst du dir nicht vorstellen. Nee. Nee. Das ist keine Vorstellung davon. Ich stelle mir das nicht vor. So, ein paar Pfeile. Ah, sind wir da, zurück. Die spawnen da. Das ist ja krass. Ich glaub, sie spawnen sehen. Ja? Mhm. Die laufen nämlich nicht den Weg zurück, sondern sind einfach wieder da. So. Ich mach mal hier das hier klein. Mhm. Die spawnen da wirklich krass. Die... Das ist ja krass. Das sieht ja krass aus. Das ist krass. Der Typ, der sitzt hier so. Jetzt, wenn er irgendwie leben würde. Aber er lebt nicht mehr. Fast, okay. So, also wenn du magst, können wir das nächste Mal auch die drei einfach angreifen. Wieder einmal lang wieder neu spawnen. So. So, jetzt sind sie wieder da. Achtung. Jetzt gehen sie wieder weg. So, das Lager ist eigentlich so gut wie weg. Ja. Vielleicht müssen wir die Typen noch umbringen. Ja, ich seh die im Augenwinkel. Mhm. Da, siehste? Wieder gespornen. Ja, ich hab's hier sehen, wie sie spawnen sind. Die spawnen rechts kamen jetzt immer nicht mehr wieder. Gespornen sind. Ist richtig krass, ne? Wie die so... Dann sind die auf einmal da. So. Den Vertrauensbonus haben wir noch nicht bekommen. Vielleicht müssen wir die Typen nur umlegen. Ja, hier ist noch ein bisschen. Hier steht noch was. Achso. Okay. Oh, so langsam baut der Stresslevel sich ab. Aber trotzdem sind da halt noch drei so geil, die dann immer wiederkommen. Ja. Schön. So. Sehr schön. Aber die laufen da trotzdem noch rum. 40 haben wir da vorgegangen. 40 Vertrauen. Das ist nix. Das nix? Nix ist das. Unglaublich. Okay, 13. Dann hau ich die mal weg. Und dann nehm ich mir... Ja, ja. Tausch mal schön da deine Waffen auf. Das ist ein stammes Axt hier. Wo waren die? Geil. Gut. Äh, ja. Äh. Äh. Nü? Wat nu? Ja, wir müssen die drei auf jeden Fall noch umlegen, würde ich sagen. Müssen wir das ja. Hilft ja nicht. Okay, jetzt mal ein bisschen Seil. Pack ich mal ein. So, auch Dauerregen hier, wa? Kann das sein? Ne, hat jetzt grad erst wieder angefangen. Hat auch richtig gegrummelt. Jetzt könnte man vielleicht hier noch, äh... Ah, Achtung. Wat? Hier Schritte. Ja, ja, die, ich seh die hier. Aber die haben mich nicht gesehen. Wo muss ich hoch? Wo muss ich hoch? Scheiße, wo ist das Baumhaus? Bleib hier unten. Ich steh hier auf dem Platz und die haben mich nicht gesehen. Bleib entspannt. Ich muss schlafen. Oh, krass. Ich hab auch Hunger. Oh Gott. Das ist ja, das ist ja völlig, völlig. Ich hab völlig Stress. Ich hab völlig Stress. Aber es ist halt gar nichts passiert. Na doch, ich hab kein Essen. Ich kann nicht essen. Ich kann nicht... Ich bin total müde. Ich... Keine Ahnung. Okay, aber wir können ja jetzt ein Feuer machen. So, ne? Also, jetzt ist ja, äh, egal. So. Du willst schon wieder irgendwas? Ich hab gar nichts mehr. Okay. Dann machen wir... Äh, ja, weil hier ist nämlich, äh, ich hab hier ein paar Vögel gefunden. Ja, cool. So, aber ich muss doch eigentlich hier nur, äh, hier waren noch auch, äh, nicht irgendwie so große Holzscheibe irgendwie. Hm. Das weiß ich nicht. Brauchen wir schon mal das Feuer da drunter, ja? Dann haben wir das schon mal. Was? Weiß nicht, ob die mich jetzt hier sehen haben. Feuer steht. Du bist auch schon wieder müde, wa? Ja, ja. Oh Mann, ey. Zwei Wochen an dem großen Holz. Machen wir halt auch immer Sorgen um dich, ne? Oh, ich muss mich hin. Ich muss mich hinlegen. Und ich hab irgendwelche, äh... Egel wahrscheinlich? Ah, warte mal. Wo bist du? Guck mal, währenddessen du schläfst und nimm die mal runter, ja? Ja, sehr gut. Hab ich nicht gut überall gemacht. So, okay. Ich hab jetzt einen gefunden. Ich weiß nicht, ob du noch... Da ist noch einer. Es ist schwer, die zu sehen, wenn du so da liegst. Ja, der lässt mich nicht wegpflücken beim Schlafen so richtig... Ah, da. Hä? So. So. Zwei? Hast du noch welche? Ja. Wo ist noch einer? Da. So. Also. Also, ein Holzschild brauchen wir noch. Ja, ich glaub, da unten im Lager liegt bei denen noch einer. Okay. Also, weiß ich nicht, aber... Lange Stöcker brauchen wir danach auch noch, also... Die liegen ja hier genug rum. Lange? Ja, müssen eigentlich, oder? Hier ist ein Holzschild. Hast du? Ja. Also, die liegen zumindest im Lager noch rum. Ja, drei lange. Auf jeden Fall. Ich mach hier schon mal die Seile. So? Ne, oh, erstmal die langen Stöcker. Scheiße. Oh. Ey. Zu viel Stress für meine kleine Seele. So, langen Stöcker. Das ist einfach zu viel. Das sind doch irgendwo Bienen, übrigens. Na, ich hab die gesehen vom... vom... Oben. So, Seil, Seil... Okay, jetzt nur noch ein Dach. Und da brauchen wir Palmen. Ne, Bananenblatt, ne? Das ist egal, wir haben beides. Ah. Okay. Such aus. Völlig egal. So, warte mal. Banane. Okay. One, one, eh. Fertig. Ah, sehr gut. So, ich kann Feuer auch anmachen, wenn du willst. Na, dann mach mal. Oh, die sind schon wieder da. Ah. Boah, die kommen bestimmt von dem Feuer her. Ich kann sein, aber dann haben wir sie. Das ist doch schön. Come on. So, dann müssen wir jetzt die Vögel sammeln. Sehr gut. Ich hab auf jeden Fall Maden, wenn mal wieder irgendeine Wunde insulit sein sollte. Maden hab ich auch tatsächlich. Ich mach schon mal Essen, ja? Ja. Okay. Okay. So, okay. Fleisch mit Fleisch. Wir haben zwei Stücken Fleisch. Ist ja auch toll. War auch nicht gerade viel. Sieht aus. Ja. Huch. Aber ich hab nochmal Pfeile gemacht. Was ist los? Ah, ah, ah. Bringst du die gerade her? Ja, ist gut. Das bin ich so schreckend. Ja, gerade im Herstellungsprozess. Naja, wenn, dann wären es eh nur drei. Also, die könnte man jetzt auch mal so wegknütern, oder? Ich meine... Weiß ich nicht, ob du das einfach so schaffen. Ja. Bin ziemlich erschöpft. Ja. Ey, ich sag's dir. Also, das war jetzt ein bisschen zu much für mich. Also, wirklich. So, hier, Fleisch ist fertig. Willst du was essen? Ja, komm gleich. Oh, Mann, ey. Puh. Aber die stresst sowas gar nicht, war? Naja, es ist halt, äh... Am Anfang schon so ein bisschen, aber die laufen halt so ihre Kreise. Und solange man die halt nicht, äh... Also, wirklich, ähm... Triggert, ist das alles echt im Rahmen. Richtig, wie ich, äh, angespannt werde und nur noch so zackig reden kann, so abgehackt und überhaupt nicht mehr mich entspannen kann. Oh, das ist ein bisschen, äh, anstrengend manchmal, aber... Okay. Aber was soll ich sagen? Ist halt so. Da muss man durch. So, ähm... Aber da ist, passiert halt nichts. Also, ne, das ist halt... Das ist so ein bisschen der Trick. Das ist immer so, bellende Hunde beißen mich. Dafür bist du zu oft tot, um sowas zu sagen. Ja, aber das ist ja meistens durch Viecher. Also, durch, äh, hier, ne? Schlangenbehörden, so. Ja, Schlangen und irgendwelche T-Shirt, die man halt nicht so, ne? So. Ich hab Bannanen für uns. Willst du Bannanen haben? Mhm. So. Oh, ein Igel. Hä? Oh, gut, Igel. Wie? So, irgendwo. Hier. Zack. Zack. Oh, zack. Drei Stück hatte ich. An einem Arm. Fällt's schon wieder irgendwas? Was sagst du? Du machst schon wieder irgendwas hier runter. Hier, Fleisch. Und Bannanen. Bannanen. So, ich hab mal ein bisschen freies, äh, Blickfeld gemacht. So, dann sieht man die von hier besser. Mhm. Sehr gut. So. Okay, Essen. 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 Nice. Ah, die sind da. Oh Gott. Ich bin weg, tschüss. Na, wollen wir die jetzt mal hier... Äh, ja. Ich bin erstmal hochgeklettert. Okay, pass auf. Ich hab die gesehen, hab mich so sehr erschrocken, dass ich direkt aus Bauer muss. Okay, pass auf. Ich hol die mal ran, ja? Und dann knütterst du die von oben. Sind die da da? Die kommen gerade wieder. Altjut, die kommen gerade wieder. Hab ich mir so erschrocken, dass ich weggerannt bin. So, da sind sie. Ich sag mal hallo. Nee, die lassen sich nicht so richtig triggern. Jetzt. Letze. Hast du sie? Hast du drei Stück? Kommst du hoch? Ja, ich bin oben. Okay, dann los. Ich hab keine Pfeile, das musst du machen. Was? Okay, Headshot. Alter, sie sind übelst biegen. Ja, die greifen die... Jetzt sind es nur wieder zwei und jetzt hauen die rein. Einen hab ich gehedgehottet. Wo kommen denn die biegen her? Du musst sie noch mehr herlocken. Ich hab einen auf jeden Fall gehedgehottet, aber die hauen gerade wieder rein. Sie sind übelst biegen irgendwo um die und den Dings. Wie die sich... Wie die aber auch immer sterben, ey. Das sieht aus, meine Güte. Also der hier am Baum ist frisch. Da kannst du mal gucken, ob du noch einen Pfeil findest. Da, ja. Eine Lanze. Da am Kopf. Ja, die haben wir auch gehedgehottet. Gut, Kinders. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Da, jetzt kommen sie wieder. Achtung, sie kommen wieder. Naja. Ja, ich will dich nur vorwarnen. Nicht, dass auf einmal und so. Da ist nur einer, der kommt. Na, es kommt, komm, komm, komm. Kommt der die... Ich schmeißte mit Steinen, oder was? So, hast du? Ja, gehedgehottet. Links sind aber auch nochmal drei. Du kannst eigentlich noch gleich weitermachen. Linke Seite, linke Hand. Ich gehand, das liegt ja hier auch schon wieder so rum. Also, jetzt sind linke Hand drei gespawnt. Links ist aber auch ein Ameisenbär. Da musst du ein bisschen aufpassen. So, warte mal. Ich guck mal, ob ich den Pfeil hier irgendwie kriege. Meine Güte, ey. So, links laufen die munter lang. Ähm, sind auch drei. Und ein Ameisenbär. So, links, ja, oder was? Ja, aber nicht zu weit, stopp. Müssten da jetzt vielleicht wieder neu spawnen, eigentlich. Pass auf, da hinten tummelt sich auch ein Ameisenbär. Ja, sehe. Das ist echt, das ist... Also, ich hab Stress. Puren Stress. Also, wenn du Stress hast... Da sind sie wieder. Dann sei froh, dass du nicht schonend bist bei mir. Was? Dann sei froh, dass du nicht schonend bist bei mir. Ich bin halt froh, dass ich so oben auf dem Ausguck stehen da. Ich muss, äh, kurz pennen. Okay. Sonst werde ich dir da wieder umgefallen. So, jetzt kommen sie wieder zurück. Jetzt gehen sie wieder los. Ja, die laufen da eine Schleife. Da ist ein Loop. Also, da... Ja, ja, das ist jetzt auch nicht so schwer. Ja, also, ich glaube, dass das jetzt eine Sache ist, die... Dann kann ich ja nochmal gut runterkommen. Ja, du, nee, bleib ruhig da oben. Das ist gut, wenn du von oben, äh, runter, äh... Okay, dann geh schon hoch. Schammel zählt. Was passiert ja nix. Dann kannst du auch runterkommen. Also, du musst jetzt nicht oben werden. Wenn du sagst, du brauchst es unten zu, dann machst du halt unten. Nee, ist ja gut. Aber du schläfst ja gerade. Naja. So, jetzt gehe ich nochmal da. Wo sind die Jungs hier? Ich bin jetzt schon wieder, meine Güte. Na, jetzt kam ich da. Ich weiß nicht, wann die wiederkommen. Also, sie sind immer so genau da, wo du jetzt bist. Da kommen die auf jeden Fall raus. Und tauchen auf. Hm. Also... Wir hören uns auch Wasser, übrigens. Ach, cool, dann können wir gleich eine Stunde eine Plattform ausprobieren. Ich übel nicht unbedingt mal bauen. Ich übelst viel Holz. Dann können wir ein Hausbrot bauen. Das wäre richtig geil. Oder? Die sind ja da. Die sind gesporned. Schnell zu hin. Jetzt laufen sie weg. Jetzt sind sie wieder weg. Die sind gerade wieder hingesporned. Nein, ich sehe sie. Ja, ja, aber jetzt sind sie... Ich hole sie. Ich hole sie. So schnell? Ach komm, das kriegst du never hin. Ich hole sie, ich hole sie. Alter, da ist noch... Die sehen mich nicht. Doch, jetzt. Ich sehe dich nicht mehr. Oh Gott. Jetzt haben sie mich erwischt. Hast du? Hast du? Nee. Hinter mich? Nur einer. Komm ran hier. Kollege. Der rennt zu sehr. Kann der nicht. Krieg den nicht. Oh Gott. Ja. Okay, er hat mich getötet. Schön. Malena. Malena. Malena, was ist los? Ich bin ja auch kein Gott. Mach mal los jetzt hier. Der ist tot. Ich habe ihn geënchertet. Aber der andere ist auch da. Piece of shit. Der andere ist auch hier. Okay. Aber jetzt doch nicht mehr. Jetzt ist er wieder weg. Hä? Das ist schon wieder so ein bisschen Magic Style. Okay. Also der ist auf jeden Fall tot. Der eine. Und die anderen sehe ich nicht. Okay. Ähm. Da jetzt spawnen gerade zwei neu. Aber gehen auch wieder los in die Richtung ganz normal. Okay. Ähm. So. Was haben wir denn hier? Ich habe noch ein paar Pfeile. Ja, logisch. Jetzt auf einmal habe ich Pfeile wieder. Ist ja witzig. Hm. Ja, du hast doch gerade welche aufgehoben. Nee. Ja. Ja. Aber die. Die. Die habe ich ja hier gehabt. Weil die. Ähm. Weil ich hier gestorben bin. Weißt du? Also ich habe jetzt nur noch vier Pfeile. Ich hatte irgendwie neun. Da unten lagen halt auch noch eine. Einige. Okay. Wie viele waren das jetzt noch? Wie viele Jungs? Zwei. Aber ich komme jetzt mal runter. Weil mit vier Pfeilen brauche ich da gar nicht anfangen. Also. Wir müssen ja dann auch noch irgendwo ganz viele Pfeile irgendwie sein. Weil wir hatten ja mal 20. Wir müssen ja irgendwo rumliegen. Und ich muss auch schlafen. Also ich kann eh kein Pfeil abschließen. Boah, was der hier macht. In der Palme. Guck mal, was der hier an der Palme macht. Ja. Das ist sogar ein Yogasitz. Ist ja witzig. So, ich leg die mal hier ein paar Pfeile hin. Ja. Aber ich muss auch schlafen. Ne? Vielleicht behältst du die? Also ich weiß nicht. Dann nehm die doch vielleicht mit. Wenn du schnell schlafen gehst. Okay. Gut. Danke. Okay. Ja, ich will nicht immer alles wegnehmen. Dann bist du so schlafen los. Ich hab hier mein Speer. Okay. Boah, du hast nicht so viel. Alles klar. Okay. Anlocken beschäftigt. So. Sehr witzig gesagt. Zack. So. Alles klar. Herr Kommissar. So. Ich schnurpele hier vor mich hin. Mache einen schönen Mittagspausen. Es ist nämlich 11.52 Uhr. So, wie sie es gehört. Schön mal ne Runde schnurpele. Zählt. Ach ja. Gutsnärtle. So, wie es sich gehört. Schön mal ne Runde schnurpele. Ich bin auch gleich wieder richtig fresh. Wir müssen nur mal Essen suchen, glaub ich. Ich geh mal gleich auf Essen suchen. Ja. Bin ja auch bei Wasser mit dem Zweifel. Leg ich alles um. So viel schönes Baumaterial. Meine Güte. Na ist doch super. Dann können wir ja wirklich schwimmende Ding mal bauen. Also da hätte ich richtig, richtig viel Bock drauf. Hier ist alles voll mit Schnecken. Was? Hier ist Wasser und alles voll mit Schnecken. Ich denke du schläfst. Oh, 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 oh. Was? Was ist los? Da sind Joons gespaunt einfach so. Oh, oh Gott. Hoch, hoch, hoch. Die kommen. Ja. Die sind einfach. Waren auf einmal da mitten aufs dem Platz. Gibt es ja gar nicht. Da. Oh, die hat keine. Und? Gehts? Headshot. Ah, der hat mich getroffen. Alter. Warte, ja? Der hat mich richtig böse getroffen. Aber meine Rüstung hat's abgehalten. So, beide tot. Okay. Der hat mich übelst getroffen, ne? Richtig geflucht. Die waren ja auf einmal da. Ja, die werden ja in der Weile spawnen, wahrscheinlich. Die kleinen Lutzis. Ja, wird passiert. So, ich fau mal die Schnecken auf den Grill. Und du rast da ab, ne? Ähm, abgrasen, ja. Ich versuch hier einfach nur, um es aufzuhalten, dass man sieht, wenn hier aus... Ja, auf die Pfeile, also ich komm gleich vorbei. Ja, also, ja. Ob hier noch irgendwo Material rumliegt. Ja, ich hab mal das Feuer hier gemacht. Und so. Und geh mal hier ein bisschen Ludi-Ludi machen. So, aber... Oh, ich sammle ihn hier. Ja, das war jetzt grad aufregend, irgendwie. Die waren auf jeden Fall da, ey. So, zack. Ja, die spawnen halt da einmal wieder. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile von Zeit. Ja, immer wieder, aber wenn man die umgebracht hat, müssten die doch eigentlich nicht nochmal spawnen. Vielleicht waren das die, die hier sonst immer Streife laufen. Waren ja auch bloß zwei, ne? So, jetzt guck ich mal gerade. 48, 1 Prozent, das kann weg. So, einen hab ich aber immerhin geheadshottet, aber nur einen leider. Vom anderen brauchte ich ein bisschen mehr. So, was ist das hier? Kann das auch weg? 13 Prozent. Oh, ich kann da, glaub ich, mal den Bogen austauschen. Gucken wir mal. Das ist hier, lohnt schon. So, Haltbarkeit 81 Prozent. Haltbarkeit... So, das ist alle. 98 Prozent. Hat sich gelohnt. Mehr hier den Bogen ausgetauscht. So, dann sind wahrscheinlich die Schnecken schon ready. Ja. So, dann hab ich ja noch mehr. Ich hab nämlich einen Vogel gefunden. Stammesbogen. So, den Sao ist mal gleich. Dann kann ich auch nochmal Pfeile bauen. Und dann... So, okay, dann, ja, dann haben wir hier alles soweit. Hast du alles schon gesichtet? Ja, so ein bisschen, ja, aufgeräumt ein bisschen hier und da. Ja, das ist ja richtig so. Hier sind noch Pfeile. Wahrscheinlich sind hier irgendwo noch Pfeile, die... Die erkennst du aber nicht so gut, also... Ja, die kann man nicht, wenn man die nicht sammelt, aber dann ist man halt übelst schmutzig, wenn man die sammelt, die Küken. Also man erkennt schon noch ein paar Pfeile zum Durch an dem Blauen, das geht. So, jetzt müssen wir uns nicht mal was essen. Ja, trotzdem irgendwie... Hier ist noch ein Stammesbogen, also falls deiner irgendwie nicht mehr ganz so... Da ist 98%. Danke. Boah, wir können auf dem Wasser dann das Hausboot bauen. Wollen wir das machen? Ja, klar machen wir, ja. Voll cool. Die Vorstellung ist geil. Stell dir mal vor, wir können über dem Hausboot da rumschippern. Voll toll. So. So. Boah, ich muss spinnen, ne, ich schon wieder. Hm? Schmäh. Ja, wir haben nicht genug Essen, deswegen sind wir schneller erschöpft. So. So, aber genug, also wir müssen dann ja auch irgendwann mal wieder hier in den Cup machen. Was? Ne. Ja. Ne, jetzt bin ich voll drin, jetzt sind die ja weg. Ach, schön, wie du da schläfst. Jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt sind die ja weg. Dann können wir das nächste Mal das Kapitel mit dem Boot machen. Was können wir? Kapitel mit dem Boot. Ja. Ich freue mich schon darauf, das Hausboot zu bauen. Ich weiß nicht, ob das ein Boot ist. Dann freue ich mich eben darauf, eine schwimmende Plattform zu bauen. So, ich hab erstmal Puls. Warum hast du schon wieder Puls? Ja, weil mir alles fehlt. Okay, ich hole grad Fette. Ich bin hier Bananen und man kommt nicht ran, ist auch geil, ne? Okay. Aber es geht so langsam wieder. Also ich hab Paranüsse gefunden, die brühe ich dann mal mit. Oh, hier ist Obst, das bring ich auch gleich mit. Ja, ich hab die Bananen gefunden. Ja, ich hab diese grünen Früchte noch. Da sind auch noch ein paar Bananen. Okay, also ein bisschen was hab ich hier für dich. Schnecken und Fleisch ist auch fertig. Hier. Lege ich auch daneben. Guck mal hier. Früß muss. Ein paar Pilze. Ja, Essen ist dann echt immer so stressig, ne? Irgendwie. Ja, es geht. Also du hast halt Früchte und so geht halt immer irgendwie klar, dass mit dem Fleisch ist halt immer so ein bisschen so eine Sache. So, ich lege dann hier auf den Haufen auch noch mal Nüsse. Äh. Ja, die brauchst du ja wahrscheinlich auch. Äh, hier ist übrigens ein Wasserloch. Ja, dann habe ich die ganzen, äh, Schnecken gefunden. Ach so, okay. Ich sammle mal ein paar Schnecken ab. Ja, ja, ich hab auch schon welche. Okay. So, jetzt liegen ja auch Nüsse, also du kannst dann auch noch versuchen, deine Fette irgendwie zu stecken. Okay. So. Aber, äh, Typen sind jetzt eigentlich hier nicht mehr, wa? Nee, irgendwie nicht. Das waren vielleicht zwei noch, die sonst doch gespauert haben. Äh, warst du unten beim Wasser jetzt schon? Nee. Ja, komm doch mal. Weil hinter diesen Felsen da hinten, da scheint auch noch irgendwas zu sein. Ich höre, stimmt, scheiße. Oh, hier sind welche. Achtung. Wo denn? Im Lager. Ja, dann, also in welchem Lager? Bei mir hier. Bei mir hier. In unserem Lager. Ja, und ich kann nicht... Okay, ich sehe, wie der da rumrennt. Ich hab ihn mir in den Hintern geschossen. Ich hab mich voll in den Arsch geschossen. Ey, der hat mich, der hat mich aber erwischt. Ich hab ihm richtig böse Nüsse geschossen. Ich komm nicht drüber weg, sorry. Ey, auf einmal war er da. Ja, ich brauch ne, ne, ne Verbindung. Ja, warte, hab ich. Hier, komm her. Ja. Also das mit dem, mit dem Speer geht schon, aber du kriegst halt auf jeden Fall immer noch eins drauf, ne? So, das, da kannst du machen, was du willst. Brauchst du noch was? Ja, ich muss noch was. Oh, das ist eine fiese Fleischwunde. Sieht richtig. Noch eine? Ich bin noch am Verwenden. Achso. Oh, du hast auch Egel. Du musst mal gucken, ich glaub, du hast Egel. Na, also mir wird nichts mehr angezeigt. Ah, okay. Ich guck nochmal. Ne, eigentlich nicht. Das ist nur die eine Wunde. Okay, gut. Dann lass mal runter hier zum Wasser. Warte, gib mir mal zwei Sekunden. Ich muss ganz schnell pennen, weil ich sonst umfalle. Und auch nicht mehr schießen, nix, gar nix. Ähm, dann komm ich mit. So, zack. Interessant. So, okay, auf geht's. So, wo bist du? Oh, da. Okay, ich bin da. Diese Larven kann man nicht essen, wa? Wie war das? Nee. Den kannst du nur jagen. Oh, das bin wieder ein Vogel gefunden. Ah. Oh, den Obst brüchte. Mit? Okay. Hier, krass. Nicht auch ne Merk. Also, ich weiß nicht, ja. Komm mal hier auch wieder hoch. Nee, wa? Stimmt, auf der anderen Seite hier. Hier sind auch ganz schön viel Palmen gefällt. Und so Reifenspuren und so. Naja. Das sieht mir, äh... Man kommt schon hier auch wieder hoch, klar. Aber... Aha, interessant. Hm? Das sieht irgendwie spannend aus. Ja, dann müssen wir wieder weiter gucken. Ich hab auf jeden Fall auch mal ordentlich Obst gefunden. Ja, hier sind so Reifenspuren und so. Ja, stimmt schon. Wo bist du? Ich seh deinen Namen nicht mehr. Unionlamp am Ufer. Ich guck gerade mal. Hast du runtergegangen? Ja, hier ist nämlich so ein... Äh, was ist das hier? Das ist so ein... Ja, so ein, wie weiß ich, Wasserfall oder was? Ja, so ein Sturzbach. Eine Art Sturzbach. Wie geht es? Scheiße. Okay, was? Boah, ein Klapperschlager mitten im Bach, ey. Ich werd wahnsinnig. Bist du reingetreten? Nein. Okay. Gerade so. Gerade so nicht reingetreten. Ähm. Ähm, ja. Was ist da? Ein Vogel? Ja. Okay. Ich hab' geschossen. Ähm. Wir können ja mal kurz noch mal ein Stückchen hier runterlaufen. Äh, jetzt willst du es aber wissen. So, mal gucken, ob wir noch... Sicher? Es wird für mich dunkel. Ja, ich muss dann eh gleich, äh, auch hier, äh, ne, und so essen und tralala und so. Aber hier ist nämlich ne Brücke. Ja. Ach, hier haben wir doch irgendwann mal diesen umgefallenen Jeep gefunden. Naja, das ist die... Ja, ja, das ist, äh, genau. Bei der ersten Runde quasi. Oh, da hinten läuft irgendwas. Ich weiß nicht, ob es ein Tiger oder ein Mensch ist. Genau in die Richtung, in die du läufst. Ja, ich seh' nix. Oh, oh, groß. Groß, im Flussbett. Ach, nee, das ist so'n, so'n Wasserschwein-Ding. Okay. Ja, also ich geh' zurück. Ich möchte jetzt hier nichts herausfordern. Äh, ja. Ist schon spannend. Hätt' schon Bock, jetzt hier einfach reinherzulaufen, aber... Ja, das machen wir alles in Ruhe bei der nächsten Folge. Wir müssen ja irgendwann mal einen sauberen Cut machen. So. Ich kann dich gar nicht so dran erinnern, dass wir hier mal waren. Hat man vielleicht auch so gar nicht wahrgenommen. Wenn man da irgendwie anders und schneller vorbeigelaufen ist. Ja, das kann schon sein, ja. So, okay. Dann, äh, wieder zurück. Also, wofern es hier irgendwie... ...zurück gibt. Ich hab echt Schiss, dass hier wieder welche sind, ne? Nee, ich glaub', das ist erst mal durch, die Nummer. Hier ist noch so'n fetter, großer Baum, aber es ist natürlich ne blauen Fehlzei dran. Was hast du? Hier in der Luft fehlt ein Feil. Zack, ich hab grad' aus der Luft einen Feil abgepflückt. Witzig. Achso, der da, äh, ja, so. Der hinge einfach so in der Luft, da musste ich dann springen und dann kommen wir hin. Witzig. Ich wär' völliger Chef. Aber ich hab' noch mal schön Fleisch für uns. Ja, ich hab' auch noch was. Der Vogel ist bei dir noch nicht gehäutet, oder? Nee. Dann warte mal noch, weil ich hab' hier noch mal zwei Stücken. Ach, warte mal, ich nehm' hier die Verbände, nehm' ich noch mit. Das ist eine gute Idee. Oh ja, gute Idee. Das, äh, aber auch nicht mehr allzu viele, wa? Okay, kann sein. Ich habe noch sieben. Aber wenn wir dann, äh, tatsächlich wieder in dieses, äh, äh, erste Game kommen, dann haben wir doch da auch ein fettes Lager irgendwo mal aufgebaut, kann das sein? Aber das ist doch jetzt nicht da. Ah, stimmt. So, hier Fleisch, schön, schnapper, schnapper. Ah, sehr gut. Ei, ei, ei. Bist du fertig, oder was? Das ist schön, wie das Essen da noch direkt, äh, die Energieanzeige wieder, ne? Ne? So schnellen das. Sehr schön. Richtig krass. So, Verbände. Sehr gut. Also, wir sind jetzt wieder richtig gut im Flow. Ich hab' auch wieder ordentlich Pfeile gemacht. Die kann ich schon alle gar nicht mehr tragen. Kannst du dann welche nehmen, wenn du siehst, die Pfeile gerade alle raus beim... ...verstellen. Alter, warum ist das so, ich hab' diese ganzen Schnecken noch, siehst du? Ich hab' auch noch mal schnell hier rufknallen. Äh, ja. Also, mega. Wir sind richtig gut im Flow und wir haben die richtig gut weggemacht. Bin sehr stolz auf uns. Ja, jetzt wird's auch wieder dunkel. Boah, richtig doll dunkel. Aber, dass wir keine Karte haben für uns nach wie vor... Ja, das ist seltsam, weil wir dann in dem Stück so rumirren, ne? Aber du hast wahrscheinlich recht und es müsste eigentlich dafür ne Karte geben. Ja, vielleicht finden wir die noch irgendwo. Ja, vielleicht finden wir die noch irgendwo. So. Schön hier Pfeile bauen. En masse. Jetzt haben wir gleich 31 Pfeile. So. So, ich mach' noch mal ein bisschen... Ja, ich muss trotzdem pennen irgendwie langsam. Hier rumessen, ey. Hast du die Paranüsse schon gesehen? Ja, wa? Was machen wir mit denen? Das ist für Fett. Also... Zu essen, oder was? Ja. Die liegen da rum. Neben dem Fleisch. Die müssten doch eigentlich den Fett auf der Sägele irgendwie. Achso, die kannst du so essen? Ja. Ne, bei mir steht nur herstellen und zerstören. Hä? Hast du Paranüsse? War eine Schale, achso. Ja, genau. Guck mal, da wo ich hingucke, liegen die Nüsse. Ach da. Ah, okay. Ajo, ich verstehe. So, ich muss trotzdem hinlegen. Ja, schon wieder. Aber jetzt... Jetzt kommt die Fitness viel schneller. Kann das sein, dass man besser... Ja, ja, wenn du richtig gegessen hast, dann kommt die Fitness viel, viel schneller zurück. Das ist ja das Problem immer. Wenn man nicht gut isst, dann hat man echtes Problem, dass man ständig schlafen muss, dass man die ganze Zeit nicht klarkommt. Dann hat man auch einen beschissenen Schlaf geschehen. Mhm. Du musst die... Also du musst glücklich die ganze Zeit gucken, dass du alles irgendwie hast. Sonst, äh... Geht das alles schneller wieder weg. Meine Güte. Das ist ja Wahnsinn. Bis nach 200 Stunden Spielezeit. Mhm. Fiege ich das mit. Naja. Ja, man lernt halt dazu. Das ist ja auch okay. So, also. Sind wir durch, oder was? Ja, okay. Sehr schön. Warte, ich denke, wir sind noch fertig. So, okay. Wir sind fertig. Dann, äh, ja. Äh, machen wir nächstes Mal hier die Nummer mit dem, äh, mit dem Fluss und so. Und gucken mal, wie es da weitergeht. Und versprochen mit weniger Stress. Auch für dich. Ja, das, du, wenn das, wenn Stress, dann Stress halt. Was wir zu machen. So ist es halt. Ja. Also, dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dahin, äh, mach's gut, du, lass dir die Ärgern und wir, äh, sehen uns. Bis dann. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.